Schweinsteiger stichelt gegen Thomas Müller vom FC Bayern, so viel Zeit bleibt ihm nicht mehr. Bastian Schweinsteiger hält mit sieben Siegen weiterhin den Rekord für Pokalsiege. Damit der ehemalige Bayern-Spieler jedoch erfolgreich sein kann, muss er seinen Vertrag beim FC Bayern verlängern. Thomas Müller will ihm diesen Titel abnehmen. Es ist wohl kein Geheimnis, dass kleine Zwischenrufe zum Fußballgeschäft ebenso gehören wie Glühwein zum Weihnachtsmarkt. Doch dieses Mal war es der Bayern-Veteran Thomas Müller, 34, ein Mann, der für seine schnelle Art bekannt ist. Insbesondere sein Freund und ehemaliger Teamkollege Bastian Schweinsteiger, 39, neckte den Bayern-Star, dessen Vertrag am Ende dieser Saisons ausläuft. FC Bayern, Thomas Müller hat den der FB-Pokal bislang nur sechsmal gewonnen und wie wird sich diese Woche alles ändern? Thema war wieder einmal die Vertragsverlängerung eines Fehllieblings. Denn wenn Müller am Ende seiner Karriere mehr der FB-Pokal gewinnen will als Rekordsieger Schweinsteiger, dürfte die Antwort klar sein. Warum, der sechsmalige Pokalsieger Müller hat immer noch eine Trophäe weniger in seiner Vitrine als der frühere Mittelfeldmutter des Rekordmeisters? Es sieht so aus, als müsste er noch einmal verlängern, denn er will eins mehr als ich, sagte Schweinsteiger bei der Übertragung des DFB-Pokals in der ARD. Er hat nicht mehr so viel Zeit, es sei denn, er wird noch einmal verlängert. Schweinsteiger lächelte. Als er gefragt wurde, ob er Müller im Jahr zuvor die Nase gerieben habe, als der Weltmeister von 2014 im Pokalrennen verlor. Er erklärte, ja, es ist wie beim Golfspielen. Thomas wollte nicht ziehen, aber wenn er das Loch kann noch einmal spielt, hat er die Chance, das Feld als Sieger zu verlassen. FC Bayern-Präsident Herbert Heiner will den Vertrag von Thomas Müller verlängern. Es bleibt abzuwarten, ob Müller mit mehr Pokalsiegen als Schweinsteiger letztendlich in den Ruhestand gehen wird. Dennoch ist klar, dass der FC Bayern den ehemaligen Bayern-Spieler nicht loslassen will. Derzeit laufen die Verhandlungen. Bayern-Präsident Herbert Heiner, 69, erklärte kürzlich, wir sind im Gespräch mit ihm. Auch ich bin zuversichtlich und hoffe sehr, dass Thomas bei uns bleibt. Ob dieser Wunsch in Erfüllung geht, werden wir in den kommenden Wochen erfahren.